Kill your darlings. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört oder gelesen? Dein Buch darf auf keinen Fall länger sein, nachdem du es überarbeitet hast. Die erste Überarbeitungsrunde ist dafür da, um alle Szenen, alle Sätze, alles rauszuschmeißen, was total blöd ist. Das stimmt. Trotzdem denke ich, dass es definitiv Sinn macht, wenn dein Buch quantitativ wächst, während du es überarbeitest oder nachdem du es überarbeitet hast, während du es überarbeitet wächst. Egal, darüber spreche ich heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Selfpublisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und wenn dir die Folge gefällt, dann gebt ihr gerne einen Daumen hoch. Die Überarbeitung. Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube sogar Stephen King sagt, nein Stephen King sagt es nicht, Stephen King sagt, seine Bücher wachsen, wenn er sie überarbeitet. Sie nehmen einen Umfang zu und ich glaube, dass natürlich, wie immer, dass das sehr davon abhängt, wie man schreibt. Aber ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich schreibe sehr schnell. Ich schreibe runter weg. Ich überarbeite meine Sachen, die ich geschrieben habe, nicht sofort. Ich komme also das erste Mal mit dem Text in Berührung, wenn ich ihn überarbeite. Also das zweite Mal. Also, mit dem fertigen Text komme ich erst dann in Berührung, wenn ich ihn wirklich komplett überarbeite. Der Punkt ist, dass wenn man schnell schreibt, dann schreibt man die Geschichte. Man schreibt den Plot herunter und schreibt die Dialoge, schreibt die Handlung und es geht vor allem darum, diese Geschichte aufzufächern. Diese Geschichte, die man im kleinen Kopf hat, die ich in meinem Fall als Zusammenfassung schon vorher einmal heruntergeschrieben habe, aufzufächern, aufzubröseln und in mehr Worte zu packen. Okay. Was dabei oftmals nicht verloren geht, aber noch nicht mit einfließt, sind solche Sachen wie Ortsbeschreibungen oder auch Personenbeschreibungen, wobei ich Personen ja nicht so gerne beschreibe, aber bestimmte Aspekte dieser Beschreibungen, bestimmte Merkmale von Situationen, von Szenen, die, meine Lektorin sagt immer, die das Ganze glitzern lassen. Diese, manche Feinheiten, manche Feinheiten kommen sofort beim Schreiben rein und ich denke so, wenn ich manche Sätze geschrieben habe, wie krass, dass das so in dieser Geschwindigkeit mit rauskam. Aber oftmals fehlen diese Sätze auch noch. Natürlich ist es so, dass beim Schnellschreiben auch Sätze und Szenen, Szenen seltener bei mir zumindest, aber auch Sätze dabei sind, die dann hinterher einfach raus können. Klar. Aber tatsächlich wachsen meine Bücher in aller Regel um 5 bis 10 Prozent an Umfang. Und das ist bei einem 80.000-Wörter-Buch sind das halt einfach mal 4 bis 8.000 Wörter, die da dazukommen. Das sind 10 bis 20 Seiten. Und oftmals sind es diese Seiten, die Szenen auf diesen Seiten, die ganz besondere und wichtige Schlüsselmomente darstellen. Und deswegen finde ich diese Aussage, wie so ziemlich jede Verallgemeinerung, so gefährlich tatsächlich. Wenn man sagt, ja, dein Buch muss nach dem Schreiben einen geringeren Umfang haben. Denn man setzt sich doppelt unter Druck. Weil erstens, wenn du davon ausgehst, dass dein Buch nach der Überarbeitung einen geringeren Umfang haben soll als der erste Entwurf, dann muss ja dein erster Entwurf länger sein, damit du eine bestimmte Wortzahl erreichen kannst, wenn du das gerne möchtest. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, einen Vertrag mit einem Verlag hast, ich weiß nicht, wie genau das läuft, und die wollen ein 70.000-Wörter-Buch, ja, dann musst du ja letztendlich, keine Ahnung, ein 77.000-Wörter-Buch schreiben. Ist mein Gedanke. Vielleicht ist es der komplette Käse, aber es ist mein Gedanke. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass du ja dann unbedingt was raushauen musst. Du suchst ja dann quasi nach Dingen, die du streichen kannst. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bei jedem Buch der Fall ist. Natürlich gibt es Autorinnen, die extrem umfassend beschreiben, die ganz viel erzählen, statt zu zeigen. Und gerade in Fantasy-Romanen, wo es ja aber auch gerne gefragt ist, aber auch in anderen Romanen, die Welt komplett in allen Details erklären und dabei die Handlung untergeht. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass es definitiv Szenen gibt, die raus können. Und dass es halt sehr individuell auf den Autor oder die Autoren angeht. Aber genau das ist der Punkt. Es kommt auf dich an. Es kommt darauf an, wie du schreibst. Und wenn du so schreibst wie ich und alles nur runter schreibst, dann werden dir ganz, ganz wichtige Wörter fehlen am Ende. Und diese Wörter, die darfst du finden in der Überarbeitung. Es geht nicht darum, dass du die schlankeste Version von deinem Buch schreibst, bin ich der Meinung. Es geht darum, dass du die berührendste oder die leerreichste oder die schönste Version von deinem Buch schreibst. Und wenn du dann halt noch diese eine Szene brauchst, in der die beiden sich halt das dritte Mal küssen, ja, dann braucht dein Buch diese Szene, auch wenn es vielleicht eins von den Darlings ist, die du laut, ich glaube, Twain und Hemingway, die ich sehr verehre, aber trotzdem, die du hättest streichen sollen. Es kommt ja auch total darauf an, was du für einen Schreibstil hast und was deine Leserinnen lesen wollen. Denn manche wollen halt noch tiefer in eine Welt eintauchen. Sie wollen vielleicht gerade zum Ende auch noch diese schönen Momente haben. Und während ein anderer Autor oder eine andere Autorin diese letzte Szene gestrichen hätte, weil sie sagt, ist doch jetzt alles erzählt. Das braucht es jetzt nicht mehr, um meine Botschaft drüber zu bringen, was auch immer. Denkst du dir vielleicht, ich möchte nach diesen ganzen Spannungen, nach diesem ganzen Miserenkram, möchte ich, dass meine Leserinnen und Leser sich einfach nochmal wohlfühlen. Deswegen brauche ich diese Szene. Und wenn du diese Szene vielleicht aber noch gar nicht geschrieben hast, sondern deine erste Überarbeitung durch hast und du kommst an diesem Ende an und denkst dir so, nein, da fehlt noch was. Ja, dann schreib, dass das noch fehlt. Vertraue deinem Bauch. Und das sagt sich leicht, wenn man schon so viele Bücher geschrieben hat wie ich. Aber ich glaube, dass wir in uns alle, die da die Schreibenden sind, dieses Gefühl für unsere Geschichte haben. Und wir haben doch tatsächlich, auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollen, eine klare Vorstellung oder eine klare Vorstellung davon, wie wir wollen, wie unsere Geschichte rüberkommt. Wie wir wollen, wie unsere Geschichte angenommen wird. Wie sie, ja, wie sie sein soll. Wenn wir in den Buchladen gehen würden und unser Buch entdecken würden als Leserin und dann hätten wir eine bestimmte Erwartung. Und wie dieses Buch gelesen werden soll, das können nur wir selber sagen. Und deswegen lass dein Buch wachsen. Wenn du das Gefühl hast, es muss wachsen, dann lass es wachsen. Wenn du das Gefühl hast, ist aber ich ganz schön langatmig, hier muss das eine und das andere noch raus, dann nimm das eine und das andere raus und vielleicht auch noch eine ganz andere Sache. Aber lass dich nicht von solchen pauschalen Aussagen wie kill your darlings und du musst einen kürzeren Zweitentwurf haben als den Erstentwurf. Lass dich davon nicht verunsichern und nicht beeinflussen. Hab es im Hinterkopf, denn wie gesagt, in manchen Stellen macht es auf jeden Fall großen Sinn. Aber es ist dein Buch und es ist deine Welt, die du mit diesem Buch erschaffst. Da darfst du machen, was du willst und was sich für dich gut anfühlt. Und für mich fühlt sich gut an, dass du bis hierhin geschaut oder gehört hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und bitte kommentiere auf jeden Fall gerne, was du dazu meinst, was du dazu denkst. Glaubst du, dass die meisten Bücher total aufgebläht sind und viel zu lang und sowieso? Oder sind dir die meisten Bücher oder sind dir schon Bücher begegnet, die irgendwie zu kurz waren, wo irgendwie was gefehlt? Genau. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du keine Folge von diesen Videos verpassen möchtest, das habe ich schon gesagt, keine Ahnung, ich sage es nochmal, dann klick gerne auf Abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir noch einmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut denn, Andrea. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, 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 ganz